Um die digitale Transformation zu meistern, brauchen Unternehmen Lösungen, die präzise auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Willkommen in der TTS Performance Suite. Eine einzige Software, die Ihnen Orientierung im Umgang mit komplexen Prozessen und Technologien gibt und damit für mehr Transparenz im Arbeitsalltag sorgt. Mit der TTS Performance Suite erhalten Sie die eine Digital Adoption Solution, die Sie unternehmensweit schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren und Ihr Fachwissen zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden lässt. Die TTS Performance Suite lässt Sie schnell und einfach Content für Ihre Mitarbeitenden erstellen. Von einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu neuen Technologien und Regularien bis hin zur Vermittlung von komplexen Wissen und Prozessen. Im Content Management Backend können Sie alle Inhalte kuratieren und auf aktuellem Stand halten. Egal ob eigene oder externe Inhalte. Jede Art von Content lässt sich perfekt verwalten und strukturieren. So garantiert die TTS Performance Suite das Wissen genau da ist, wo es gebraucht wird. Für jede Anwendung, in jedem Prozess, auf jedem Gerät. Das steigert nicht nur die Effizienz und Zufriedenheit im Unternehmen enorm, es sorgt auch dafür, dass neue Mitarbeitende noch schneller produktiv sein können. Mit der Analytics-Funktion evaluieren Sie das Nutzerverhalten und identifizieren Wissenslücken. So können Sie Ihren Content kontinuierlich optimieren und an die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeitenden anpassen. Die TTS Performance Suite deckt den gesamten Content-Lifecycle vollständig ab. Auf höchstem Security- und Compliance-Standard und mit kontinuierlichem Service von uns. Die TTS Performance Suite – die eine, sonst keine.